Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie es nach dem Boden weitergeht. Man häkelt erst mal feste Maschen und dann geht es weiter in das Karreemuster und ganz zum Schluss werden noch Krebsmaschen gehäkelt. Ich zeige euch in dem Video wieder Runde für Runde, wie gehäkelt wird. Ich zeige euch nochmal, wie man hier die Runden immer schließt mit einer Kettmasche, sodass sie schön übereinander erscheinen. Ich zeige euch auch, wie der Fadenwechsel gemacht wird, wenn das Knoll zu Ende ist, wie der Faden vernäht wird, wie die Krebsmaschen zum Schluss gehäkelt werden. Und ich habe jetzt mal meine Tasche ausgemessen. Also sie hat genau die Maße von der Anleitung und sie wiegt jetzt in dem Zustand genau 265 Gramm. Das heißt, das ist der Rest von meinem dritten Knoll und ich habe den vierten Knoll noch nicht angebrochen. Jetzt müssen wir mal gucken, was ich dann im nächsten Video verbrauche, wenn ich hier die Kordeln mit diesem Stopper häkle. Aber in diesem Video geht es jetzt erstmal darum, wie wir die Tasche hoch häkeln und abschließen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln und alle Infos zu diesem Nitterlong, zu dieser Tasche, findet ihr auf meinem Blog Landherzen. Da ist alles verlinkt, was ihr braucht. Viel Spaß! Der Boden ist jetzt fertig und jetzt häkeln wir sozusagen hier in die Höhe. Wir können die Maschenmarkierer rausmachen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich werde mir aber einen Maschenmarkierer immer am Anfang der Runde reinmachen. Einfach nochmal so als Hilfsmittel, damit ich auch wirklich weiß, wo die Runde anfängt. Das hier ist die schöne Seite, die kommt dann sozusagen nach unten. Und jetzt geht es erstmal weiter mit festen Maschen. Übrigens wechsle ich jetzt von der 5,5 Häkelnadel auf eine 6,0 Häkelnadel, weil ich ja doch ein bisschen den Boden zu fest gehäkelt habe. Aber ich habe den nass gemacht und habe den gespannt und jetzt hat er die Maße, die in der Anleitung stehen. Gut, dann legen wir mal los. Laut der Anleitung sollen wir jetzt erstmal wieder eine Anfangsluftmasche machen und dann in jede feste Masche der Vorrunde eine feste Masche ins hintere, sozusagen halbe Abmarschglied der Vorrunde häkeln. Das hier ist meine erste Masche und wir gehen jetzt nicht so rein, dass wir hier beide Schlaufen auf der Nadel haben, sondern jeweils immer nur in die hintere Schlaufe und machen da eine feste Masche rein. Und ich mache mir jetzt hier einfach mal vorsichtshalber eine Maschenmarkier rein, dann weiß ich, das ist meine erste Masche. Gut, also dann stechen wir jetzt immer nur in das hintere Maschenglied rein und machen da jetzt unsere feste Masche rundherum und es müssen dann 78 Maschen ergeben. Ich hekel jetzt mal weiter und dann sehen wir uns am Ende der Runde. Und dann seht ihr hier diesen schönen Rand. Ich bin jetzt am Ende der Runde angekommen. Ich habe hier noch zwei Maschen. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob ihr wirklich genügend Maschen gehäkelt habt, dann zählt nochmal durch. Hier haben wir den Maschenmarkier drin, also eins und dann zählt ihr hier durch und dann müssen es 78 Maschen ergeben. Und jetzt schließen wir wieder die Runde mit einer Kettmasche. Das hier ist übrigens ja die Luftmasche, diese Steigeluftmasche. Ich zeige es euch nochmal. Wir gehen von hinten nach vorne in die erste Masche, ziehen hier die Schlaufe durch. Dann gehen wir in die letzte Masche rein. Moment, hier ein bisschen länger ziehen. Ziehen die Schlaufe hier über die Häkelnadel und dann holen wir den Faden und ziehen das einfach hier durch. Dann haben wir die Runde geschlossen. Gut, in der Anleitung steht ja jetzt, wir sollen noch vier Runden feste Maschen für den unteren Teil des Taschenbeutels häkeln. Wir starten wieder mit einer Steigeluftmasche und jetzt häkeln wir ganz normal feste Maschen. Das heißt, wir stechen ganz normal ein. Ich mache mir hier wieder einen Maschenmarkierer rein, damit ich weiß, das ist meine erste feste Masche. Und dann häkeln wir ganz normale feste Maschen. Wieder die Runde. Vorsichtshalber nachzählen, dass es auch wirklich 78 Maschen sind. Ich habe meine 78 festen Maschen gehäkelt. Ich zeige es euch jetzt noch einmal, weil dann wiederholt sich es ja. Wir schließen wieder mit dieser speziellen Kettmasche. Also ich steche wieder hier von hinten in meine erste Masche ein, ziehe mir die Schlaufe hier durch. Dann gehe ich in meine letzte feste Masche rein, mache mir hier wieder die Schlaufe drauf, hole mir den Faden und ziehe das durch. Und das Ganze machen wir jetzt noch dreimal, damit wir diese vier runden feste Maschen haben. Denkt immer dran, dass ihr hier immer eure Steigeluftmasche macht und ich markiere mir, wie gesagt, immer die erste feste Masche. Gut, dann häkeln wir jetzt noch drei so runden feste Maschen und dann zeige ich euch, wie das Muster gehäkelt wird. Wir haben jetzt insgesamt fünf runden gehäkelter feste Maschen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Sieht man schon, dass sich hier eine Tasche bildet. Und jetzt geht's los mit dem Karreemuster. Achtung, bitte zählt nochmal eure Maschen durch. Wir brauchen 78 Maschen. Das Karreemuster muss teilbar durch drei sein. 78 geteilt durch drei sind 26. Wir starten mit der Runde 1. Es wird immer abwechselnd Runde 1, Runde 2 gehäkelt. Wir starten wie gehabt wieder mit einer Luftmasche und dann geht's los. Eine feste Masche. Ich mache mir wieder hier vorsichtshalber meinen Maschenmarkierer rein. Dann kommen zwei Luftmaschen. Dann sollen wir eine feste Masche überspringen. Also ich steche jetzt nicht in die nächste ein, sondern in die übernächste. Ich mache hier wieder eine feste Masche rein. Und jetzt heißt es ab Sternchen wiederholen. Und jetzt kommt die Stelle, wo viele den Fehler machen, dass sie im Endeffekt gleich wieder hier zwei Luftmaschen machen. Nein! Wenn ihr zu dem Sternchen hüpft, steht hier eine feste Masche. Also wir machen erst mal wieder eine feste Masche. Dann machen wir zwei Luftmaschen. Überspringen eine feste Masche. Machen dann also in die übernächste eine feste Masche rein. Und dann kommt nochmal eine feste Masche. Dann wieder zwei Luftmaschen. Eine feste Masche überhüpfen. Überhüpfen, überspringen. Eine feste Masche. Und noch eine feste Masche. Das ist genau das. Das Muster muss durchteilbar durch drei sein. Klar, weil wir immer eine Masche überspringen und dann zwei feste Maschen haben. Also das Muster besteht immer sozusagen aus diesen drei Maschen. Ja, das machen wir jetzt fortlaufend. Also zwei Luftmaschen. Eine Masche überspringen. Und dann zwei feste Maschen hintereinander. Zwei Luftmaschen. Eine Masche überspringen. Zwei feste Maschen. Gut, das machen wir jetzt wieder bis Ende der Runde. Ich bin jetzt am Ende der ersten Runde. Ich habe jetzt hier noch zwei Luftmaschen. Überspringe eine feste Masche. Und mache dann sozusagen hier in meine letzte feste Masche noch eine feste Masche. Und dadurch, dass ich ja am Anfang auch mit einer festen Masche begonnen habe, passt das Muster zusammen. Jetzt schließen wir wieder mit einer Kettmasche. Das heißt, ich mache mir wieder hier den Maschenmarkier raus. Gehe hier von hinten rein. Ziehe das durch. Na, gehe hier in die letzte rein. Mache hier meine Schlaufe drüber. Holen wir den Faden und ziehen dann durch. Gut. Dann haben wir die erste Runde geschafft. Jetzt kommt die zweite Runde. Und die ist total einfach. Wir machen wieder eine anfangs steige Luftmasche. Und jetzt wird einfach nur in jede Luftmaschenlücke der Vorrunde drei feste Maschen gehäkelt. Und ich mache mir jetzt aber trotzdem in die erste feste Masche eine Maschenmarkier rein. Das hier war meine steige Luftmasche. Das ist die erste feste Masche. Das ist die zweite und das ist die dritte. Und dann kommen auch dazwischen keine Luftmaschen oder so, sondern wir hüpfen gleich hier zur nächsten Luftmaschenlücke und machen da auch wieder drei feste Maschen rein. Und das macht ihr jetzt die ganze Runde. Also die zweite Runde ist sozusagen total entspannt. Dann schauen wir uns das mal an, wie das ausschaut. Ich bin am Ende der Runde zwei. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir nochmal die Runde beenden. Also hier habe ich nochmal eine Luftmaschenlücke. Da mache ich nochmal drei feste Maschen rein. So, jetzt schließen wir das Ganze wieder mit dieser raffinierten Kettmasche. Also von hinten in die erste Masche. Dann gehe ich nochmal in meine letzte Masche rein. Dann mache ich mir die Schlaufe da wieder drüber. Ziehe den Faden durch. So, jetzt kommt erstmal wieder eine Steigeluftmasche. Und dann starten wir wieder mit der Runde eins. Hier ist ja meine erste feste Masche. Da mache ich jetzt eine feste Masche rein. Hänge mir den Maschenmarkierer gleich wieder um. Dann kommen die zwei Luftmaschen. Dann wird eine Masche übersprungen. Also ich steche jetzt nicht da ein, sondern hier. Ich mache hier meine feste Masche. Dann geht das Muster wieder von vorne los. Gleich in die nächste feste Masche. Und wieder die zwei Luftmaschen. Und das dann wieder vorklaufend. Eine überspringen. Hier rein. Und die nächste rein. Und wieder zwei Luftmaschen. Und dann zeige ich euch nochmal, wie wir die Runde beenden. Wie das ausgeht. Und dann haben wir alle zwei Runden durchgespielt. Die dann einfach nur abwechselnd nach oben gehäkelt werden. Ich bin am Ende der Runde. Ich habe jetzt hier zwei Luftmaschen gemacht. Ich überspringe eine Masche. Übrigens ist es immer die mittlere der drei festen Maschen. Also die überhüpfe ich. Ich mache dann wieder hier eine feste Masche. Jetzt kommt nochmal einmal das Muster. Eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Eine überspringen. Und in die letzte feste Masche nochmal eine feste Masche rein. Dann geht das Muster genau aus. Und wir schließen die Runde. So. Gut, also ihr seht, das Muster muss immer schön ausgehen und jetzt kommt wieder die Runde 2. Und dann wird einfach fortlaufend Runde 1 und 2 wiederholt. Und dann müsst ihr euch überlegen, wie hoch ihr eure Tasche haben wollt. Tanja Steinbach hat ja geschrieben, es gibt eine Hohlvariante, wenn ihr das mit einem längeren Schultergurt tragen wollt. Da sind es dann insgesamt 28 Runden, 28 Runden im Karremuster. Jetzt muss ich mir überlegen, meint sie dann 28 Löcher wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal davon aus. Oder kürzer, wenn man es als Handtasche tragen will, dann reicht auch eine Höhe von 21 Zentimeter. Da sind es dann nur 22 Runden. Müsst ihr einfach mal gucken. Ich werde jetzt einfach mal in die Höhe häkeln und dann zeige ich euch nochmal, wie es bei mir ausschaut. Und dann schließen wir das Ganze noch mit einer Runde Krebsmaschen ab. Das zeige ich euch dann auch noch. Aber jetzt werde ich erstmal ganz entspannt in die Höhe häkeln. Viel Spaß beim Häkeln. Lieben, ich habe natürlich vorhin falsch gerechnet. 28 Runden im Karremuster bedeuten, dass 14 Löcher übereinander sind. Und bei der kurzen Variante sollen es ja 22 Runden sein. Das heißt, dann sind es nur 11 Runden. Was ich euch aber jetzt auch noch zeigen möchte. Guckt mal, mein erster Knäuel ist jetzt gleich zu Ende. Und ich zeige euch jetzt noch schnell, wie ich den zweiten Knäuel beginne. Am einfachsten oder am schönsten wird es natürlich, wenn ihr das bei festen Maschen macht und nicht unbedingt bei Luftmaschen. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen. Ich gehe jetzt hier in die nächste Lücke rein und mache jetzt mal eine feste Masche. Dann, obwohl eine zweite geht glaube ich auch noch. Dann machen wir noch eine zweite feste Masche. So, dann lasse ich den Faden hier einfach los. Ich hole mir meinen nächsten Knäuel. Gehe jetzt rein in die Lücke und hole mir als dritte feste Masche hier schon gleich das neue Garn. Und ziehe das hier so durch. Jetzt machen wir noch schnell die nächste Lücke auch, damit es schön fest sitzt. 1, 2, 3, und dann habt ihr hier eure zwei Fäden. Ich mache es so, ich mache immer noch einen Knoten rein. Und dann könnt ihr hier die Endfäden einfach auf der Rückseite einfach hier so vernähen. Also ich gehe zum Beispiel immer hier in so, in diese Bögen rein. Das sieht man dann auf der Vorderseite nicht. Guck mal, da kann man schön reingehen. So, dann schneiden wir das ab. Moment, jetzt hat es geklingelt an der Tür. Jetzt geht es weiter. Genau, das habe ich ja noch abgeschnitten. Dann habe ich hier natürlich noch den anderen Faden. und den vernähe ich genauso. Jetzt gehe ich hier zum Beispiel hier drüben rein. Guck mal. Dann sieht man hier auch auf der Vorderseite nichts. Gut, ich häckel mal weiter. Und wie gesagt, melde mich, wenn ich dann soweit bin. Also bei der langen Variante 14 Löcher übereinander. Bei der kurzen Variante reichen 11 Löcher übereinander. Bis später. Ihr Lieben, ihr seht, ich bin fertig mit dem Karremuster. Wir zählen nochmal hier durch. Also ihr zählt einfach die Löcher. Ich habe ja die Variante, die lange Variante. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Und wenn ich mein Maßband hinlege, soll ja ab Bodenkante gemessen werden. Dann komme ich genau auf 26 Zentimeter. Das heißt, wir häkeln jetzt zum Abschluss noch eine Runde Krebsmaschen. Ich zeige euch, wie das geht. Und in der Anleitung steht, wir sollen die dritte Masche immer überspringen, damit es hier oben nicht zu labbrig wird. Auf los geht's los. Gut, dann legen wir mal los. Krebsmaschen werden wie feste Maschen gehäkelt, bloß häkeln wir sie rechts rum, also rückwärts. Wir machen jetzt erstmal eine Steigeluftmasche. Und jetzt seht ihr ja immer hier eure drei festen Maschen. Da stechen wir immer jeweils ein, aber die dritte lassen wir einfach aus, damit der Rand nicht zu locker wird. Also ich habe meine Steigeluftmasche gemacht und steche jetzt in die vorherige feste Masche ein, hole den Faden und ziehe nochmal durch. Also wie eine feste Masche, bloß rückwärts. Dann gehe ich in die nächste Masche hier vorher rein. So, jetzt lassen wir die dritte Masche aus. Gehen hier wieder in die erste von den drei festen Maschen. Und immer eins zurück. Und wie gesagt, die dritte einfach immer auslassen. Die lasse ich jetzt wieder aus. Die dritte lasse ich wieder aus. Und dann seht ihr hier, wie sich da so ein schöner Kordelrand entwickelt. Moment, ich zeige es euch mal. Also so schaut das Ganze aus. Und das mache ich jetzt die ganze Runde. Ich bin jetzt gleich am Ende der Runde. Das ist mein Maschenmarkierer für die erste Masche. Das ist jetzt wieder eine dritte Masche, die ich ausfallen lasse. Also mache ich hier nochmal eine rein. Zwei. Und das ist ja meine dritte Masche. Jetzt überlege ich gerade. Ne, die lasse ich auch ausfallen. Jetzt überlege ich bloß gerade, wie würde ich das jetzt am besten schließen, damit das schön ausschaut. Oder ob ich die doch noch häkle. Moment, wenn ich mir selber erst mal angucken. Ich glaube, wir lassen sie ausfallen. Genau. Dann schneide ich jetzt mal den Faden ab. Zieht ihn durch. Jetzt nehmen wir das gleich noch. Und zwar steche ich jetzt einfach hier in meine Steigeluftmasche rein. Genau. Da steche ich jetzt rein. Ziehe den Faden hier so durch. Und vernähe den hier auf der Rückseite. Unsichtbar. Guck mal, da sieht man schon genügend Maschen, wo man hier einfach so durchstechen kann. Noch ein bisschen, dann schneiden wir den Faden ab. Gut, die Tasche ist jetzt erst mal fertig gehäkelt. Ich werde sie jetzt gleich mal abwiegen, weil mir ist doch ganz schön viel Garn übrig geblieben. Womit ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe. Aber ich wiege das jetzt gleich mal ab und gebe euch Bescheid, was jetzt meine Tasche schon mal wiegt. Ich habe jetzt meine Tasche gerade mal gewogen und sie wiegt genau 265 Gramm. Das heißt, bei mir würden tatsächlich drei Knoll reichen. Jeder häkelt ein bisschen anders. Ich denke mir immer lieber ein Knoll zu viel als zu wenig. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt die Variante macht, dass ihr euch eine fertige Lederkordel durchzieht, dann müssten euch eigentlich drei Knoll reichen. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch einen weiteren Anleitungsfilm, und zwar wie man so eine Kordel häkelt und dazu einen Kordelstopper. Und dann werde ich nochmal abwiegen, was das wiegt. Und dann kann ich es euch ganz genau sagen, wie viel Gramm meine Tasche komplett wiegt.